Will you be the preacher? Would you be my? Is it done? Connection lost. Connected. Was? Äh, okay. Kann es sein, dass ich in den See eingebrochen bin? Okay, Lerneffekt daraus. Nicht auf dem See fahren. Das gibt's doch nicht. Okay, scheint explodiert. Nee, doch nicht. Fahr doch. Verzieh dich. Hallo, entschuldige mal. Ey. Super. Jetzt hänge ich mal wieder hinterher. Ich brauche Nitro oder so. Gab es da kein Nitro in so einem Jeep? Raten ab 12 Uhr. Feindliche Fahrzeuge kommen her. Feindliche Fahrzeuge kommen her. Und ich sehe nichts. Ich schieße treffe aber volle Granate drauf hier. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich baller nur. Pass auf den Abhang auf. Dann geht's steil nach unten. Oh, 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 oh. Wir müssen weiter resten. Moment, da ist die Richtung. Was sind da rum? Danksamer. Wir können ihn jetzt. Wir können ihn. Ich sehe nichts. Ich fahre einfach weiter und schieße. Ja. Hervorragend. Wer hat mich denn jetzt erwischt? Ja, wir müssen jetzt von vorne anfangen. Das ist ja schon mal eine minimale Besserung für mich. Pass auf den Abhang auf. Dann geht's steil nach unten. Ja, selbstverständlich passe ich auf den Abhang auf. Ist ja auch nicht so, als wäre hier die Straße mega rutschig. Ja, 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 ja. Ich fahre unten lang. Wir können nicht. Alter, ich sehe gar nichts. Vielleicht sollte ich nicht so viel schießen. Doch, ich sollte so viel schießen. Hat gute Auswirkungen. Genau, und hier explodiert alles. So. Ich denke mal, jetzt habe ich alle erledigt. Hat jetzt nicht sonderlich viel mit meinen Aiming-Skills zu tun. Wir waren einfach nur mit dem Wachsmashing. Aber solange es funktioniert. Hubschrauber, okay. Hubschrauber, okay. Hubschrauber, okay. Gebt Gas. Ich versuche den Hubschrauber zu kriegen. Ich muss dafür nur der Sonne entgegenfahren. Oh, oder auch nicht. Alter, patscher. Wer kommt von wo? Satellit? Wo kommt der Satellit? Zeig mir den Satelliten. Es stand ein Stern über Jerusalem und schlug ein. Ah ne, das war Weihnachten. Immer diese Flüche. Ich hab kein gutes Gefühl. Wenn alle diesen Satelliten wollen und alle jetzt in eine Stadt gehen, wo alles voller Schneesturm ist. Das wird lustig. Das wird witzig. Ich hab's im Urin. Das wird witzig. Los zur Absturzstelle. Sofort. Na sicher, Chef. Bin unterwegs, Chef. Nichts lieber als das, Chef. Ab zur Absturzstelle. In ein Dorf, das für dich zerstört ist und wahrscheinlich mit feindlichen Soldaten vorgestopft. Da, da ist ein toter Soldat. Oh, das hat mir auf jeden Fall schon ein bisschen Arbeit abgenommen. Hol die Blackbox. Datenserver. Hör mal, ich bin nicht die menschliche Fackel. Ich pack das Ding nicht an. Das hat locker 2000 Grad. Bis du da bist, ist es abgekühlt. Also... Feinde von links, haltet sie auf. Feinde von links, haltet sie auf. Okay. Ich überleg's mir. Ein Typ mit einer Panzerfaust. Ein Typ mit einer Panzerfaust. Bleib bei den Satelliten und erledigt die Bastarde bevor sie ihn treffen. Okay. Von da kommen sie wieder. Aus der Hüfte geschossen. Nein. Nein. Ich springe unter der Rakete her. Das ist... Etwas, was man in der Militärschule lernt. Unter Raketen, die Überraketen her springen. Männer von rechts. Das sind Rechtsradikale. Ich erschieße jetzt Rechtsradikale. Die kommen von rechts. Oh, war das doof, ey. Ich muss mir eine Deckung suchen. Kollege, Militärhandbuch, Seite 1. Deckung suchen beim Schießen. Insbesondere, wenn Feinde mitschießen. Der von links, haltet sie auf. Oh, wieso denn jetzt links? Ich hätte links doch schon erledigt, oder? Wenn ich... Nein, 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 nein. Das ist mir schon klar, dass sie den Satelliten nicht erwischen dürfen. Wir brauchen ja die Daten vom Satelliten. Sehr gut. Den Käpt'n noch treffen. Bevor der Käpt'n mich trifft. Und den Futsi da unten noch treffen. Ah ja, der war im Haus. Das hab ich natürlich nicht erkannt. Und der läuft natürlich ins Haus rein. Nein, 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 du schießt... Ah, er hat geschossen. Der dreckige kleine Bastard. Und der dreckige kleine Bastard schießt auch. Das kann doch nicht sein. Wo kommen jetzt auf einmal die ganzen Panzerfäuste her? Alles klar. Marie im Fenster ist erlicht. Erlicht ist er, erlicht. Alles klar. Na komm. Wow, 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 wow. So, das ist so viel zum Thema Deckung. Am nächsten Mal suche ich mir Deckung. Und so stehe ich wieder mitten auf der Straße. Pass auf, haust auf dem Dach. Gott, wirklich ein cleveres Käfchen. Ich hab mich wieder getroffen. Nein, 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 lad doch schneller nach. Wenn wir das Ding verlieren, sind wir geliefert. Ja, das ist mir bewusst. Was meinst du, warum ich hier oben die Typen abknalle? Jetzt muss ich mit dem Scharfschützengewehr hier arbeiten. Was für ein... Reiß dich zusammen und such dir eine Panzerfraust. Reiß dich zusammen und such dir eine Panzerfraust. Okay. Okay, nein, ich weiß genau, was du meinst. Och, das kann doch nicht sein. Wer macht das Ding einen Bogen? Gut, das ist ein bisschen realistisch, aber trotzdem. Grechheit. Ich hab das Cockpit erwischt. Komm schon, halt auf. Was jetzt? Ist, 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 ist... Willst du mich verkeiern? Willst du mir ernsthaft sagen? Der Hubschrauber hat den Satelliten gekillt. Okay, richtet euch schon mal häuslich ein, dass wir entsprechend ein bisschen länger brauchen werden bei dieser Mission hier. Das kann sich nur noch in Jahren dauern. Äh, handeln. Das kann sich nur noch in Jahren dauern. Ich hab auch manchmal so, äh, zu gewissen Zeitpunkten, wo ich sterbe, die absolut geniale Fähigkeit meiner Deutschkenntnisse komplett super vernachlässig bin. Panzerfaust auf dem Dach! Panzerfaust! Sie dürfen den Satelliten nicht erwischen! Verrecke! Verrecket alle! Einer nach dem anderen. Vielleicht werd ich jetzt nur noch auf diese dämlichen scheiß Panzerfäuste konzentrieren. Damit hab ich schon mal ein bisschen was getroffen. Gut zu wissen. Jetzt kommen da gleich wieder so Panzerfäuste aufs Dach geklettert. Ich weiß es genau. Ne, ne, mit denen da unten geht mich gar nicht ab. Ich kümmere mich nur noch um Panzerfäuste. Panzerfaust auf dem Dach! Alles, was, äh, kein dickes Rohr ist, fass ich nicht an. Beziehungsweise schieße mich drauf. Genau, da oben kommt jetzt gleich einer. Kommt rein. Ich weiß, du kommst da hoch. Echt? Gut, dass du mir sagst. Ich hätt's jetzt versaut. Na, wo ist er denn? Hallo? Hallo? Das gibt's doch nicht. Dieser hässliche, kleine Fuzi. Wohnenlose Frecker. Noch mehr Männer von rechts, kommt hierher. Yo, bin unterwegs. Ich warte auf euch. Panzerfaust auf dem Garten. Ja, der hüpft da, oder? Und ist tot. Damit sollten die Panzerfäuste ja erstmal geschafft sein. Zumindest die ersten Panzerfäuste. Wo sind hier noch welche? Ey, ich wusste, dass da nur einer rumpasst. Rotkäppchen ist auch noch einmal. Noch eine Panzerfaust. Ach, was für ein Vergnügen. Da oben kommt bestimmt auch noch eine Panzerfaust. Ich hab schon eine. Wo ist denn der Heli? Komm schon, zeig ihn mir. Ach, das gibt's doch nicht. Komm schon, fahr rum hier. Ich schieß den Vogel ab. Das ist wahrscheinlich immer meine beste Fähigkeit. Vögel abschießen. Nachladen. Ich bin mal gespannt, wie viel Panzerfaust, das so ein Heli ausfällt. Zwei. Und der dritte müsste den Heli killen. Nee, doch nicht. Der ist schon tot. Ich hab den Heli gekillt. Da, 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 da. Ich hab den Heli gekillt. Da, 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 da. Da, 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 da. Das Wetter schlägt um. Wir zwei sichern die Blackbox. Wir versuchen, ein Fahrzeug zu organisieren. Eine technisch hochversierte Spezialeinheit mit dem Gewehr. Mit dem Gewehr einfach mal gegen den Satelliten hauen. Läuft. Gefunden. Alter, du bist in Feindgebiet. Auch wenn dich keiner sieht bei dem Schneesturm. Hör auf, laut zu rufen. Das hilft nicht unbedingt, um Feinden aus dem Weg zu gehen. Steige auf den Berg. Okay, ich steige auf den Berg. Echt? Kann ja nicht wahr sein. Ist nur ein bisschen kalt hier. So, schön ins warme Haus. Mal gucken, wen man hier sonst noch so findet. Nee, ich geh lieber. Echt? Drecksterroristen hier. Verzieht euch. Lasst mich doch in Ruhe. So, hier drin gibt's doch bestimmt wieder ein Feuerchen. Ah ja, aufwärmen. Boah. Okay, weiter geht's noch. Immer den Fackeln nach. Hm. Ich geh mal davon aus, da unten werden wieder ein oder zwei Gegner sein. Nicht sonderlich viele, aber genug, um mich zu nerven. Ist jemand zu Hause? Hallo? Hm, ich möchte ja nicht mit der Tür ins Haus fallen, aber doch, möchte ich. Weiter geht's. Keine Ahnung, was du da hörst, Margo, aber wenn du überleben willst... Ja, sag ich doch. Ist kein Feuerchen da, mach ich ja eins. Puh, aufwärmen. Und nächste Runde. Ah, Scharfschützenzeit. Eins, zwei... Oh. Ah, verdammte Kiste. Ich wärme mich mal kurz wieder auf. Das gibt's doch nicht. Okay, ich wärme mich nochmal auf. Alles klar, nachgeladen. Mir ist wieder halbwegs warm. Ich kann meine Finger spüren. Das heißt, jetzt sollte ich eigentlich wieder treffen. Wenn es was zu treffen gibt. Gibt's aber anscheinend nicht. So, nachgeladen ist die auch. Kurz aufwärmen. Na, ist ja nix mehr. Okay. Ich mach mein neues Feuerchen. Nee, es brennt nix mehr. Scheiße, ich laufe. Ich eile, ich renne. Laufsteller! Lauf, du! Hase! Ah. Puh. Ein bisschen aufwärmen. Wir suchen immer noch nach den Amerikanern. Seid wachsam! Ja, ist mir bewusst, dass ihr nach mir sucht. Das heißt nicht, dass ihr mich findet. Warte mal. Der ist doch nah. Vielleicht auf dem Dach? Nee, auf dem Dach ist auch keiner. Aber da unten war einer. Ah ja, ich geh wieder runter. Nee, ich hab keine Lust. Oh, das ist mir verdammte Scheiße. Viel zu kalt. Also, ihr habt mich gefunden, aber bringt es euch was? Ich glaube nicht. Ich geh jetzt hier noch mal ins Häuslein. Die Tür ist zu. Hallo? Irgendwer zu Hause. Nee, anscheinend nicht. Gehen wir mal eine Runde baden. So, reicht doch schon, ja. Neh mal den Fackeln nach. Hier ist eine Siedlung. Guck mal, hier ist eine Siedlung. Wie schön, hier ist eine Siedlung. Mit Soldaten und so. Boah, das eine erbärmliche Leistung. Kann man ja kaum drüber reden, so erbärmlich wie das war. Okay, jetzt ist es noch ein bisschen... Alter! Ich muss etwas genauer zielen jetzt. Das ist ja peinlich. Was ich hier abliefer. Na, da war doch gerade nur einer. Oh, wenn ich was sehen würde, wenigstens. Das wäre doch schon mal... Oh! Und ich laufe fast genau in die Granate rein. Bombeleistung. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Ich habe es mir anders überlegt. Die Hütte ist wenigstens warm. Die Hütte ist wenigstens. Das war's, was wir sehen. Aha, getroffen. In dem Fenster ist auch mal so ein Fuzi. Ich muss nur warten, bis der Hund aufsteht. Und dann habe ich ihn getroffen. Und wieder rein, so ein bisschen wärmen. Und das reicht jetzt auch. Jetzt geht's weiter. Und jetzt geht's. Untertitelung des ZDF, 2020